Ho 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 Liebe Nerdtaster, willkommen beim 6. Türchen. Heute die Nikolaus und was gibt es heute zu gewinnen? Nämlich diese coole Android TV Box. Was ihr machen könnt, ihr könnt damit am Fernseher halt eure Sachen gucken, Netflix, Amazon Prime dann kann ich natürlich auch einen Zugang wahrscheinlich mit der App und so weiter ihr könnt damit Musik hören, zocken Android könnt ihr darauf spielen und ihr habt natürlich das Modell AX9 CPU mit Quad-Core 1 GB DDR-RAM 8 GB ROM also Festplatte dann könnt ihr noch den Laden-RAM machen WiFi, Adapter, Android 7.1 wird unterstützt und das könnt ihr natürlich hier auf diesem Kanal gewinnen Nigelnagel neu verpackt also ihr kriegt hier kein Blödsinn zugeschickt oder so weiter. Hat einen Warenwert von 40 Euro 4K könnt ihr damit auch machen also ihr könnt das nochmal hier so sehen sieht das Teil hier aus und hier nochmal von hinten da sind nochmal die Daten drauf und so weiter Ja, was müsst ihr machen um das hier zu gewinnen den coolen Preis? Ihr müsst einfach ein Google Formular ausfüllen was ihr schon vom zweiten Türchen kennt und ihr habt bis zum 30.12. Zeit Leute ihr dürft sogar noch beim zweiten Türchen mitmachen und auf die nächsten Türchen somit habt ihr wirklich lange Zeit hier mitzumachen und müsst euch den ja auch nicht beeilen sonst guckt nochmal die nächsten Tage natürlich wieder rein bei den ganzen Türchen ich läuft hier sogar habt ihr das gesehen? ich bin raus und würde sagen ich wünsche euch noch einen schönen Nikolaus ich war's Dennis bis dann und schauen frohe Weihnachten bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.